Achtung! Die vorkommenden Rollenspielkonzepte und Charaktere dienen lediglich der Unterhaltung und sollen keinen beleidigen. Falls Übereinstimmungen zu echten Rollenspielkonzepten und Charakteren bestehen, so war dies nicht beabsichtigt. Naja, vielleicht ein bisschen. Wenn die Wurzeln tief sind, braucht man den Wind nicht zu fürchten. Dies lehrte mich einst mein Großvater. Ich sah, wie du von einem kleinen süßen Samen zu einer wunderschönen Blüte herangewachsen bist. Und nun sind deine Wurzeln tief und fest. Sie sind deine Lebenskraft, deine Essenz, dein Fundament des Wissens. Doch vor allem sind deine Wurzeln deine Heimat. All die Weisheiten, die ich dich lehrte und die Traditionen, die wir pflegen, haben hier ihren Ursprung. Aber du bist jung und neugierig und willst mehr von der Welt sehen. Also geh, lerne und wachse. Doch vergesse niemals, wo deine Wurzeln sind. Du bist bereit. Du bist bereit für deine Reise. Nun geh und lerne, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Den Nagel auf den Kopf treffen? Klingt wie eines dieser unsinnigen Rätsel von Onkel... Moment. Onkel Tato, bist du das? Oh, da hast du mich wohl erwischt. Komm runter, sonst tust du dir noch weh. Das war der miserabelste Rollenspielversuch seit langem. Ich meine, Leo Lang als mein Großvater. Und ich dachte, der RP-Lehrer bist du. Tja, scheinbar muss ich dir nichts mehr beibringen, da du schon selbst weißt, was gutes RP von schlechtem RP unterscheidet. Jedenfalls was unsere Kultur angeht. Über das Rollenspiel anderer Völker kann mir hier niemand etwas beibringen. Deshalb gehe ich doch auf diese Reise. Deshalb möchte ich doch in diese Stadt, die von allen Sturmwind genannt wird. Und davon möchte ich dich keinesfalls abhalten, Ming-Chu. Nichtsdestotrotz gebe ich dir eine letzte Aufgabe mit auf deine Reise. Und zwar einen Weg zu finden, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Aber was genau soll das denn heißen? Das, liebe Ming-Chu, ist mein nächstes und letztes Rätsel für dich. Und so wie ich dich kenne, wirst du es schon gelöst haben, bevor du in Sturmwind angekommen bist. Du hast recht, Onkel. Das wird ein Klacks. Danke. Danke für alles. Ja, ein echter Klacks. Ich bin schon längst hier angekommen und weiß immer noch nicht, wie ich den Nagel auf den Kopf treffen soll. Oh, Rollenspieler. Vielleicht können die mir weiterhelfen. Verzeihung? Ich suche einen Weg, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Könnt ihr mir weiterhelfen? Den Nagel auf den... was? Oh je. Ist das wieder so ein abgedrehtes Pandaren-Konzept? Ach, wisst ihr was? Ich denke, am Kathedralenplatz seid ihr am besten aufge... ähm, wird euch sicherlich geholfen. Einfach in Richtung der gelbgeziegelten Dächer, dann sieht man die Kathedrale schon. Nun, dann vielen Dank. Meine Freunde, der Tag ist gekommen, an dem wir als Anhänger der Geisel neue Mitglieder suchen für seriöses Todesritter-Rollenspiel. Für die Geisel, ja. Und wie, äh, stellen wir das an? Indem wir uns vor die Kathedrale Sturmbinz stellen. Ah, das ist also der Kathedralenplatz von Sturmbinz. Oh, bei der heiligen Jade-Schlange. Was ist das? Heilige was? Oh, g-guten Tag. Hä, gut. Nichts ist gut, seitdem ich alles verloren habe. Alles, was ich jemals besaß. Und jeder, den ich jemals liebte, ist für immer fort. Das große Feuer ist zwar schon einen Tag her, doch kommt es mir vor, als wär's erst gestern gewesen. Jimmys Schreie stürmt mir immer noch durch den Kopf. Großer Bruder, hilf mir! Das mit eurem Bruder tut mir wirklich leid. Könnt ihr meine Gedanken lesen? Nein, das steht doch hier. Was? Aber das sollt ihr doch gar nicht wissen. Oh, warum habt ihr es dann dorthin geschrieben? Damit die Spieler etwas zu lesen haben. Aber das zerstört doch das RP. Weil? Weil man es dann schon weiß, bevor man es im Rollenspiel erfahren kann. Jetzt pass mal auf, du. Du Noob! Mach ein besseres EP als du! Piss nicht mach los! Alles in Ordnung? So schnell ist er schon lange nicht mehr übergekocht. Ihr seid wohl neu hier, was? Ja. Seid ihr eine Wache? Wache? Nein, nein, nein. Wenn ich mich vorstellen darf. Mein Name ist Jane Jennifer Catelyn Mac O. Luther. Oberster Hauptfeldwebelkommandantenleutnant des 128. Regiments der 74. Division des 13. Bataillons der militärischen Elite-Kompanie des Charlie Delta Echo Bravo Spezialkorps von Sturmwind. Äh, warum klingt ihr so männlich? Ob ich mich am Kathedralenplatz auskenne? Aber natürlich! Ich geb euch mal einen kurzen Kathedralenplatz-Crashkurs. Zuerst einmal das Unübersehbare. Hier gibt's Morgan in allen Formen. Wild, gesittet, untot, schwanger, winzig oder gigantisch. Dann gibt's diese Leute, die den ganzen Tag auf den Dächern stehen, aber niemand weiß, was sie dort eigentlich machen. Äh, Frank? Was? Was machen wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Auch nicht zu übersehen sind diese dialektsprechenden Kettenraucher aus der Gosse. Ja, kreizkruzifiks Hans, du stinkst wie der Kursmarschloch. Magst du dir nicht einmal einen Seifen kaufen? Watt? Ich geh mir Seife kaufen? Lieber wasch ich mir nicht. Ein Verpippschnur haptisch nicht so. Seife ist super. Meiner ist zum Beispiel noch Buttercreme da. Oft sieht man hier auch sogenannte Leichen-Rollenspieler. Das sind Spieler, die setzen sich hin und warten ewig auf RP, welches nie kommt. Endlich ist der Platz frei geworden. Äh, äh. Ah, los geht's. Roar, roar, endlich ein neuer Platz, roar. Und zu guter Letzt haben wir noch die Emos, die immer total nachdenklich in die Ferne blicken und jedem aufdrängen müssen, dass sie nichts Lebenswertes mehr besitzen. Meine Mutter verlor ich mit fünf und meinen Vater mit acht. Und als ich neun war, musste ich mit ansehen, wie meine kleine Schwester starb. Aber weißt du, nun jemanden zu haben, dem ich das Ganze mal erzählen kann, tut irgendwie gut. Gut? Nichts ist gut, seitdem ich alles verloren habe. Soweit noch irgendwelche Fragen? Ähm, ja. Wenn ihr keine Wache seid, warum steht ihr dann an der Ecke, als wärt ihr eine? Ich glaube, das war genug kathedralen Platz für heute. Sensationell, meine Damen und Herren. Äh, was ist da denn los? Ja? Dann findet ihr neben dem Hammerschwingen auch noch die Zeit, einen Film zu drehen und darin die Hauptrolle zu spielen. Äh, unfassbar, oder? Äh, ich wette mit Ihnen, der Film wird der Hammer. Ja. Verstehen Sie? Ha! Oder? Ja. Aber gut. Äh, ich witte nicht weiter auf die Vorderstube, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich einfach mal das hier an. Hey, Claudius. Mhm. Du hast meinen alten umgenietet. Mächtig großer Fehler. Etwas ist faul im Staate Dänemark. Und Hamlet befördert den Müll auf die Kippe. Zügelt eure Hand, feiner Prinz. Wer sagt, ich bin fein? Und niemand sagt zu diesem süßen Prinzen, gute Nacht, mein Fürst. Uh. Sein oder nicht sein? Nicht sein, wetten. Moment mal. Moment mal. Den Nagel auf den Kopf zu treffen. Den Nagel auf den Kopf treffen? Der Hammer? Aber natürlich, ich muss den Hammer finden. Ihr sucht also einen Hammer? Wenn ihr mit uns mitkommt, haben wir gleich zwei riesige Hämmer für euch, wenn ihr versteht, was ich meine. Hm, nun, zwei Hämmer sind besser als einer, oder? Na gut, ich komme gerne mit euch mit. Ähm, wie heißt ihr beide eigentlich? Nun, das ist Ilfurion und mein Name ist X-Shadow-Ki- Ähm, ich heiße Karl. Und wie lautet euer Name? Ich heiße Ming-Chu. Ming-Chu? Hm, erinnert mich an meine Ex-Freundin. Es war eine Nachtelfen-Todespriesterin mit dem Namen Wingsu. Sie hat mich mit diesem Drehnei-Vampir betrogen und mir das Sorgerecht für ihre drei kleinen Schattenworgendrillinge angehängt. Sehe ich etwa aus, als hätte ich Zeit für solche Plagen? Ich muss mich um seriöse Rollenspielangelegenheiten kümmern. So, da wären wir. Ladies first, rein in die gute Stube. Oh, danke. Sehr freundlich. Hm, nun, wo genau sind denn nun eure riesigen Hämmer? Hm, genau hier. Oh, wo denn? Und dann sagte sie, hier gibt's kein seriöses RP. Ist das zu fassen? Ich meine, wir sind in Goldheim. Ich bin weg. Oh Gott, ihr seid es, bitte tut mir nichts. Sieh sie dir nur an. Diese Explosion. Oh Gott, ihr seid es, bitte. Ich bin ehrlich mit meinem Drehgabe. Ich bin auch immer der Tempel. Ich bin zum Beispiel von Drehgabe. Ich bin egal. Ich bin auf-drehgabe. Ich bin ja, ich bin sicher. Ich bin ja, ich bin aber auch nicht. Ich bin ja, ich bin ja. Einmalrig. Ich bin ja, ich bin ja.